Clio Straub. Sie kommt aus dem Osten. Auftrag in West-Berlin, Leute kalt zu machen. Macht Gift aus Kugelfisch. Die ist komplett irre. Die Flechtruf. Ich dann mein Leben lang im Dienste unseres Landes. Dann wurde ich ins Gefängnis geworfen. Ich will wissen warum. Aber dafür werden die bezahlen. Wir haben ein Problem. Ich habe einen Auftrag eingebekommen. Von Jansho. Sorg dafür, dass sie aufhört zu suchen. Wer ist dafür verantwortlich? Dann hängt da der KGB mit drin. KGB? Was ist das? Geistritscher Getränkebetreiber? Wenn du mich verarschst, dann lebst du nicht mehr. Was ich mache, ich werde dich jagen. So bin ich. Niedlich bist du. Mal. Alter! Mal. 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 bereit.